Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich zeigen, worin der Unterschied zwischen Krafttraining und Muskelaufbautraining besteht. Also Muskelaufbau respektive Hypertrophie-Bodybuilding-Training. Weil ich immer wieder sehe, auch unter den Kommentaren meiner Videos in den sozialen Medien, dass anscheinend der elementare und fundamentale Unterschied zwischen Krafttraining und Bodybuilding-Training missverstanden wird. Und auch viele, ich sage mal, selbsternannte Trainer, diese elementaren Grundlagen bzw. Unterschiede nicht begriffen haben. Und mit diesem Video möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, etwas mehr Licht ins Dunkle zu bringen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe dazu ein paar Folien vorbereitet und mir gedacht, wie kann man denn den Unterschied zwischen Krafttraining und Bodybuilding-Training am besten herausarbeiten. Und dazu habe ich mir gedacht, möglichst abstrakt und mit harten Fakten untermauert, also nicht anhand von Studien, sondern anhand einfach der Physik, habe ich mir gedacht, greife ich mal ein paar Formen raus, die aus meiner Sicht entscheidend sind, um zu begreifen, was Krafttraining ist, wie Krafttraining funktioniert, welche Form es gibt und so weiter und so fort. Viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. So, wir schauen uns heute also an den Unterschied zwischen Krafttraining und Muskelaufbautraining. Also es geht hier um elementarste Grundlagen, Schrägstrich Unterschiede, zu begreifen, was es ist und wie es funktioniert. So, wir gehen nicht alle Folien zwangsläufig durch, das werden wir jetzt dann sehen in der Präsentation. Ihr könnt auch immer das Ganze ja anhalten, wenn ihr euch das in Ruhe anschauen wollt und nochmal im Detail nachlesen. Also beginnen wir mal mit dem elementarsten Unterschied, dass Krafttraining nicht automatisch bedeutet, dass es auch Bodybuilding-Training ist. Also sollte man nie den Fehler begehen, jede Form des Trainings, das Gewichte involviert, automatisch aus der Perspektive eines Bodybuilders zu betrachten. Also nicht jedes Bewegen eines Gewichtes ist Bodybuilding-Training. Also kann man nicht einfach sagen, mach halt statt einer Wiederholung 10 und dafür weniger Gewicht. Denn es kommt immer darauf an. Wieso, weshalb, warum? Das sehen wir im Lauf der Präsentation. Aber gleich vorweg, die fundamentalen Unterschiede sind, dass Krafttraining seine Priorität auf Athletik setzt. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Arten von Krafttraining, also Explosivkrafttraining, ballistisches Krafttraining, Schnellkrafttraining, Kraftschnelligkeit, Maximalkraft und so weiter und so fort. Aber es ist eine Form, die ich benutze, um einen Athleten zu trainieren, in dessen Sportart es von Bedeutung ist. Ob er zum Beispiel hochspringen muss, ob er weit springen muss, ob er schnell rennen muss und solche Dinge, ob er werfen muss. Und das sind dann Dinge, die ich auch ganz objektiv beurteilen kann. Denn wer als erstes durch Ziel rennt, der hat einfach gewonnen. Wer den Speer oder den Diskus am weitesten wirft, der hat gewonnen. Wer am höchsten springt, hat gewonnen und so weiter und so fort. Beim Bodybuilding, also beim Muskelaufbautraining, da liegt die Priorität ja auf Ästhetik. Und Ästhetik ist jetzt hier in Anführungszeichen gesetzt, weil jeder ja eine andere Vorstellung von Ästhetik hat. Also dem einen gefällt es eben, supermuskulös zu sein, dem anderen nicht. Aber der große Unterschied ist, dass wenn ich zum Beispiel auf einen Bodybuilding-Wettkampf gehe, dann habe ich keine athletische Komponente. Das heißt, beim Bodybuilding-Wettkampf ist es nicht entscheidend, ob ich hoch springe, ob ich besonders viel Gewicht drücke, ob ich weit werfe und solche Dinge, sondern es sind eher subjektive Bewertungskriterien im Vordergrund. Also zum Beispiel, je nach verschiedenen Klassen, wir wollen mal gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es geht mehr darum, wie präsentiert jemand seine Ästhetik, also sein Gesamtpaket, wenn man so will, wie viele Muskeln hat er, wie niedrig ist der Körperfettanteil, wie werden die in Szene gesetzt und so weiter und so fort. Das ist der fundamentale und grobe Unterschied zwischen den beiden, schon mal. Es gibt natürlich auch Mischformen, wie funktionelle Hypertrophie, aber das führt jetzt zu weit und hier soll es ja erstmal mehr oder weniger um Grundlagen gehen. So, schauen wir uns Folie Nummer 2 an. So, das ist also das sogenannte Stößlein-Strength-Cheat-Sheet. Hier habe ich mal die Folien bzw. die Formeln aufgelistet, die aus meiner Sicht relevant sind fürs Krafttraining. Die braucht man sich jetzt nicht auswendig merken oder irgendwas, aber es sind die, die aus meiner Sicht die größte Relevanz haben. Wir sehen hier immer die internationale Formel, also die Abkürzungen auch der internationalen physikalischen Formeln und in der Legende habe ich alles nochmal aufgelistet, dass man sieht, wie wird das abgekürzt, international und was bedeutet was. Denn ich sehe immer, dass hier viele Begrifflichkeiten in einen Topf geworfen werden und Synonym gebraucht werden, die nicht synonym sind. Also Leistung ist etwas anders als Arbeit, Kraft oder Masse zum Beispiel. Und die Formeln gehen wir jetzt im Einzelnen durch. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen trocken noch, aber bleibt dabei, ich werde jetzt hier nicht zeigen, dann auch immer relevante Beispiele fürs Krafttraining. Gut, dann gehen wir zur nächsten Folie und fangen mal an damit zu definieren, was denn Leistung überhaupt ist. Also Leistung sehen wir, Leistung entspricht Power, abgekürzt mit P ist Work Through Time, also auf Deutsch Arbeit durch Zeit. Oder ich kann es alternativ ausdrücken als Leistung ist Geld, Kraft mal Geschwindigkeit. Also Beispiel, ganz einfach, wer verrichtet die größere Leistung oder was ist die größere Leistung? Ich habe zehn Übungen, das würde unsere Arbeit repräsentieren. Die absolviert jemand in 60 Minuten, was unserer Zeiteinheit entspricht, oder jemand absolviert dieselben zehn Minuten oder der derselbe absolviert dieselben zehn Übungen, allerdings in 45 Minuten Zeit. Ist klar, die Antwort ist natürlich, wenn ich dieselbe Arbeit, also diese zehn Übungen in der kürzeren Zeit absolviere, also in 45 statt 60 Minuten, dann habe ich die größere Leistung erbracht. So, aber da ganz einfach erklärt, wer leistet mehr? Derjenige, der in 60 Minuten 100 Kartoffeln schält, wobei die 60 Minuten wieder unsere Zeiteinheit repräsentieren und die 100 geschälten Kartoffeln die Menge an Arbeit, oder jemand, der dieselben 100 Kartoffeln, oder halt 100 Kartoffeln mit der ungefähr selben Größe in 45 Minuten schält. Ganz klar, derjenige natürlich, der dieselbe Arbeit in der kürzeren Zeit verrichtet. Also das wäre die Definition von Leistung. Schauen wir uns etwas praktischer an im Krafttraining. Also hier sehen wir wieder Leistung, ist zur Erinnerung Arbeit durch Zeit. Jetzt kann ich das natürlich auch messen, in Watt, indem ich zum Beispiel sage, ich messe die Maximalkraft bei klassischen Kniebeugen, also sogenannten Backsquats, mittels eines Messcomputers, also beispielhaft einer Tendo-Einheit, und habe einen standardisierten Test. Das heißt, ich teste mit 70 und 80 Kilo. Und dann kann ich aus einer Referenztabelle ersehen, wo liege ich denn da. Also ich kann sagen, okay, ich bewege jetzt das Gewicht, das ist an einem Sensor angebracht, mit einer Schnur an einem Gewicht dann zum Beispiel. Das sehen wir hier oben nochmal beispielhaft. An einer Kevlar-Schnur, Sensor und Computer. Und dann kann ich eben sehen, okay, wie viel Watt produziere ich? Bin ich da sehr schlecht in der Leistung, schlecht, durchschnittlich gut oder exzellent? Und in der nächsten Folie schauen wir uns an, was denn Kraft überhaupt ist. Und warum es wichtig ist, zu realisieren, dass es eben nicht nur funktioniert, wenn ich kräftiger werden will, im Sinne von, dass ich eine größere Kraftleistung erbringe, dass ich nicht nur mehr Gewicht auf der Handelstange bewege, sondern dass ich auch an der Beschleunigung arbeiten muss. Also Kraft, also Force, abgekürzt mit F, ist Masse, M, mal Beschleunigung oder international eben Acceleration, A. Schauen wir uns ein Beispiel an. Das heißt, ich habe eine Langhandel plus Gewichtsscheiben. Das wäre unsere Masse, zum Beispiel gemessenen Kilogramm oder Pfund. Und dann habe ich die Beschleunigung. Und Beschleunigung ist Geschwindigkeit durch Zeit. Und das messe ich in einer Einheit, zum Beispiel Meter pro Sekunde. Das heißt, wer mehr Kraft möchte, der muss beides steigern, weil es ja ein Produkt ist. Also Masse, mal Beschleunigung. Also ganz einfach erklärt nochmal, es funktioniert nicht immer nur mit Gewicht auf die Handelstange zu packen, wenn die Bewegungsgeschwindigkeit der Handel immer langsamer wird. Also es muss also auch die Beschleunigung gesteigert bzw. optimiert werden. Also der sogenannte Bar Speed. So, und jetzt schauen wir uns an, welche Formen denn von Kraft existieren. Weil ich immer wieder sehe, dass die Leute irgendetwas machen und nicht realisieren, dass Kraft nicht gleich Kraft ist. Also ich habe das mal dargestellt als Schaltknauf. Das heißt, für diejenigen, die noch gelernt haben, mit Schaltung zu fahren, stellen wir uns einfach vor, R wäre hier nicht der Rückwärtsgang, sondern R ist Ruhe, wenn ich nicht trainiere. Der erste Gang wäre die sogenannte Flinkheit oder auf Englisch dann Quickness. Zweiter Gang wäre die sogenannte Explosivkraft. Da liege ich bei 30 bis 40% von meinem sogenannten 1RM, also von meinem One Repetition Maximum, also dem Gewicht, das ich aktuell einmal bewegen kann, sauber. Dann sind wir im dritten Gang. Der dritte Gang ist die sogenannte Ballistik. Da bin ich schon bei 40 bis 60% vom 1RM. Im vierten Gang habe ich die sogenannte Schnellkraft mit 75 bis 85%. Im fünften Gang haben wir Kraftschnelligkeit, 90 bis ungefähr 97%. Und im sechsten Gang haben wir dann die Maximalkraft. Also die repräsentiert dann 100% oder 100 plus Prozent. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich kann einmal 100 Kilo auf der Bank hoch und runter drücken. Wenn ich jetzt aus der Ablage 110 nur ablassen würde, dann wäre das sogar noch über 100%. Aber wichtig ist, dass alleine die Prozentangaben nicht ausreichen. Das heißt, ich muss eben immer auch an der Beschleunigung arbeiten, also dem sogenannten Bar Speed, damit ich schnell genug bin. Also zum Beispiel reicht es nicht, wenn ich jetzt für Schnellkraft, Schnellkraft wäre jetzt hier unser vierter Gang, Wenn ich sage, gut, also sagen wir mal, mein 1RM hier wäre, ich kann einmal 100 Kilo auf der Bank drücken. Das wäre repräsentiert 100%. Jetzt mache ich einfach nur 75 bis 85 Kilo und dann trainiere ich automatisch Schnellkraft. So ist es natürlich nicht, sondern ich muss die Stange auch ausreichend schnell bewegen. Also zum Beispiel hier mit durchschnittlich 0,8 Metern pro Sekunde. Wieso, weshalb, warum, werden wir in einigen späteren Folgen noch sehen. So, als nächstes ist es wichtig zu wissen, was ist denn überhaupt Arbeit? Arbeit. Also Arbeit, Work, klein w, ist Force Times Displacement. Also, oder auf Deutsch, Arbeit ist Kraft mal Weg. Also auch hier haben wir wieder ein Produkt. Das ist jetzt fürs Krafttraining im Sinne, wenn jemand Powerlifting macht, Bodybuilding oder irgendetwas, jetzt weniger relevant. Das ist aber relevant, weil für zum Beispiel Sprinter oder Läufer. Denn, ich erkläre es jetzt in dieser Stelle nur relativ kurz, Krafttraining kann ich ja auf alle möglichen Sportarten anwenden. Wie wir ja gerade in der Folie gesehen, dann gibt es ja eben unterschiedliche Arten des Krafttrainings. Und nicht jeder ist ein Schwerkraftathlet zum Beispiel. Nicht jeder macht Powerlifting, Gewichtheben, Bodybuilding oder sowas. Sondern manche Leute sind eben Läufer, Volleyballspieler, Hammerwerfer oder sonst irgendwas, brauchen aber trotzdem Krafttraining, um in ihrer Sportart, also sportartspezifisch, besser zu werden. Das heißt, wer rennt oder beim Rennen besteht die Arbeit daraus zu 90% im Überwinden der Schwerkraft. Das heißt, die meiste Kraft brauche ich, um gegen die Schwerkraft, die ja senkrecht nach unten wirkt, zu arbeiten. Und nur 10% ist horizontale Arbeit. Also wenn wir uns hier diesen Stoffelläufer anschauen, die meiste Arbeit, die da verrichtet, ist, beim Laufen gegen die Schwerkraft vertikal zu arbeiten. Und 10% gehen auf das horizontale Laufen. Gehen beim horizontalen Laufen drauf, sozusagen. Das heißt, wer stärker, aber obacht nicht muskulösere Läufer, also immer der stärkere, was nicht heißt, dass er automatisch auch muskulöser ist, was wir in einer späteren Folge sehen, Läufer, wird immer auch der schnellere Läufer sein, weil er einfach aufgrund der größeren Kraft mehr Arbeit verrichten kann. Denn durch größere Kraft kann er ökonomischer respektive effizienter laufen als ein vergleichsweise schwächerer Wettstreiter. Also, und wer besser rennen oder sprinten möchte, der sollte auch weniger rennen und sprinten im Training. Das klingt zunächst paradox, aber es gibt Untersuchungen, dass man das Sprint- und Renntraining oder Lauftraining einfach um 32 bis 50% reduziert und stattdessen durch Explosivkrafttraining ersetzt. Explosivkrafttraining habt ihr in der Folge, äh, in der Folie davor gesehen. Einfach nochmal das Video zurückspielen, da könnt ihr sehen, mit wie viel Prozent ihr dann vom 1RM trainiert. Hier unten habe ich euch nochmal Referenzen angegeben, die könnt ihr euch in Ruhe ja anschauen. Nächste Folge, jetzt etwas nicht erschrecken lassen, sieht kompliziert aus. Und ich habe mir gedacht, ich bin ja immer ein Fan vom, ja, Lehren in Prinzipien. Und wenn ich einmal begriffen habe, wie etwas funktioniert, dann kann ich das auf andere Sachverhalte übertragen. Ja, und was in der Physik funktioniert, das funktioniert in jeder Gegebenheit, ob das jetzt auf ein Auto bezogen ist oder aufs Krafttraining. Also schauen wir uns an, was Geschwindigkeit überhaupt ist. Also Geschwindigkeit ist in dieser Folie hier immer gelb dargestellt. Geschwindigkeit ist Velocity, also mit klein v abgekürzt und gekennzeichnet als Displacement through time. Oder auf Deutsch findet man es auch immer Geschwindigkeit, also Velocity ist Geschwindigkeit, klein v ist Strecke, also S durch Zeit T. Und heruntergebrochen an internationale Form ist, also V-Velocity ist Displacement through time. Und auf der anderen Seite haben wir die Beschleunigung. Beschleunigung heißt also auf Englisch Acceleration, also A. Und A ist definiert als Velocity through time. Also auf Deutsch, Beschleunigung ist Geschwindigkeit durch Zeit. Und die Geschwindigkeit hier kennen wir ja wieder, V ist D, also Displacement through time. Heruntergekürzt Acceleration, also Beschleunigung ist Velocity, V durch T, Zeit. So, das klingt jetzt ganz abstrakt, kann man nichts damit anfangen, deswegen ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben ein Auto und dieses Auto fährt also mit einer beliebigen Geschwindigkeit, zum Beispiel 100 km pro Stunde. Das könnte auch 80 fahren oder 124 oder, oder, oder. So, das heißt, diese 100 km, wenn ich es jetzt im Vorbeifahren messe und sehe, das fährt gerade 100 km pro Stunde, ist eine Geschwindigkeit. Das sagt aber nichts darüber aus, wie schnell das Auto beschleunigt. Also wie schnell das Auto zum Beispiel diese in unserem Beispiel beliebig gewählte Geschwindigkeit erreicht. Und das könnte ich jetzt also messen. Also ich kann, wenn das Auto vorbeifährt und sage, fahre 100 km, mit der Radarpistole messe ich es und sage, okay, das Auto hat jetzt im Moment, im Messzeitpunkt, eine Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde. Und jetzt könnte ich ja messen, zum Beispiel, wie schnell das Auto aus dem Stand, also von 0 km auf 100 km pro Stunde beschleunigt. Das heißt, sagen wir mal beispielsweise, 3 Sekunden braucht das Auto, also es geht in 3 Sekunden von zum Beispiel 0 auf 100 km in 3 Sekunden. Das könnte ja auch von 80 auf 100 gemessen werden oder von 65 auf 222 oder irgendwas. Das ist ja nur beliebig. Aber es soll hier den Unterschied darstellen zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung. Und so hat das Auto zum Beispiel auch eine Maximalgeschwindigkeit von 320 km pro Stunde als Beispiel. Das heißt, ob jetzt 100 oder 320 km pro Stunde, das eine ist schneller als das andere, aber es sind erstmal beliebig gewählte Geschwindigkeiten. Und das andere ist eine Beschleunigung. So braucht das Auto jetzt von 0 auf 100, in unserem Beispiel 3 Sekunden, von 80 auf 100 bräuchte es aber vielleicht weniger oder mehr. Oder von 100 auf 200 km pro Stunde braucht es logischerweise dann mehr als von 0 auf 100, weil der Luftwiderstand größer wird und so weiter und so fort. Also zur Wiederholung. Kraft, F ist Masse, M mal Beschleunigung. Das heißt, auf das Auto übertragen wäre die Masse, also das Gewicht des Fahrzeugs plus Fahrer mal Beschleunigung. Und dann könnte ich ausrechnen, wie viel Kraft dieses Fahrzeug besitzt. So, schauen wir uns das in der nächsten Folge an, mal aufs Krafttraining etwas genauer, aufs Metier bezogen. Wenn ich vier Trainierende habe, wer besitzt die größte Kraft? Also wir haben hier Trainierenden A, wir haben Trainierenden B Orange, wir haben C Blau und D Gelb. So, und jetzt haben wir mal beispielsweise gewählt, der Trainierende A, der drückt 120 Kilo auf der Bank, der B drückt ebenfalls 120 Kilo, der C drückt 100 und der D drückt nur 90 Kilo. So, das heißt, wie zu erkennen ist, drückt D vergleichsweise am wenigsten Kilo, also bewegt am wenigsten Masse von all den Vieren. So, der Trainierende A, der bewegt jetzt seine Stange, also beschleunigt die Stange mit 0,8 Metern pro Sekunde, das ist hier lila dargestellt, also unsere Beschleunigung. B bewegt das Ganze langsamer, in 0,5 Metern pro Sekunde, C ist genauso schnell wie A, da drückt also, also beschleunigt auch in 0,8 Metern pro Sekunde, und der D, der ist der schnellste, also der bewegt das Ganze in 1,2 Metern pro Sekunde. So, und nochmal zur Wiederholung, da ja Kraft das Produkt ist aus Masse mal Beschleunigung, ist der stärkste hier, der trainierende, beziehungsweise der, der die größte Kraft hat, ist der trainierende D. Ja, weil er zwar das vergleichsweise geringste Gewicht in Form von Masse bewegt, also diese 90 Kilo, aber dadurch, dass er am schnellsten beschleunigt, mit 1,2 Metern pro Sekunde, produziert er die größte Kraft, also es wären 108 Newton. Und damit ergibt sich also die Reihenfolge, der erste ist der trainierende D, dann kommt erst der A und so weiter und so fort. Also sehen wir, der trainierende D bewegt zwar 30 Kilo weniger als der A mit 120 Kilo, dadurch, dass der A aber nur mit 0,8 Metern pro Sekunde beschleunigt, erzeugt er nur 96 Newton, während der D 108 Newton erzeugt. Das heißt, er hat objektiv gemessen die größte Kraft von all den vier Trainierenden. So, und jetzt erkläre ich nochmal an einem Schaubild, warum Kraft mit Hypertrophie, also Bodybuilding, nichts zu tun hat in erster Linie. Denn das sind zwei unterschiedliche Trainingsansätze. Also ich habe das mal probiert, hier mit einem Schaubild darzustellen. Es stammt aus einem alten Artikel von mir von 2016, wenn ich mich jetzt aus dem Stehgreif recht erinnere. Hier habe ich mal erklärt, dass Kraft vorzugsweise sogenannte intramuskuläre Koordination ist. Also das heißt, ich trainiere primär das sogenannte Zentralnervensystem, als ZNS abgekürzt. Das heißt, ich trainiere die Rekrutierung oder die, sagen wir mal ganz einfach erklärt, die Verbindung zwischen dem Gehirn und den einzelnen Muskeln. Also wie gut kann ich mit meinem Gehirn die einzelnen Muskeln ansteuern und dann rekrutieren und halt einfach auch zur Kontraktion bewegen. Wohingegen Bodybuilding-Training bzw. Hypertrophie intermuskuläre Koordination ist. Das heißt, hier geht es vermehrt darum, dicke Muskeln zu bekommen. Ob die jetzt besonders stark sind oder nicht, ist da eben nicht die Priorität, sondern zweitrangig. Das heißt, ich trainiere hier vorwiegend das periphere Nervensystem mit PNS abgekürzt. Das heißt, das Trainingsziel liegt auf Hypertrophie. Also Trophäin immer bedeutet wachsen, Hyper eben über. Also ich möchte ein Überwachstum haben, das über dem Normalbereich liegt. So, in der nächsten Folie wird das vielleicht etwas deutlicher. Deutlicher, das heißt, ich habe hier mal die unterschiedlichen Anpassungen durchs Training dargestellt. Das heißt, Krafttraining, also wir haben, oder einfach erklärt, das ist hier ein Querschnitt durch eine kleinste funktionierende kontrahierende Einheit im Körper. Kann man sich vorstellen wie ein Seil, ein großes, ein Tau, das man durchschneidet, das aus vielen kleinen Tauen besteht. Das wäre hier also dieser große Kreis mit den kleinen Kreisen innen drinnen. Das wären unsere Muskelfasern. Und jetzt habe ich eben von Haus aus jeder die Fähigkeit, durch sein Gehirn bestimmte Muskelfasern anzusteuern. Die habe ich jetzt hier blau dargestellt, vereinfacht natürlich. Das heißt, ich kann von all diesen Muskelfasern, die sich in dem Muskel befinden, beziehungsweise die den Muskel bilden, kann ich jetzt 2, 4, 5 ansteuern. Das heißt, ich habe eine gewisse Kraft, hier dargestellt als Kettlebell, und ich habe eine gewisse Muskeldicke. Das ist bei jedem anders, auch genetisch bedingt. So, und jetzt kann ich eben sagen, okay, was mache ich? Möchte ich, dass diese Muskelfasern, die ich bereits ansteuern kann, dass die dicker werden, damit mein Arm dicker wird, einfach mal ganz einfach gesagt. Dann trainiere ich auf Hypertrophie, also auf Muskelwachstum. Das heißt, der Querschnitt dieses Muskels wird dicker, weil die Muskelfasern, die ich ansteuern kann mit dem Gehirn, die werden im Durchschnitt größer, im Querschnitt. Das heißt aber nicht, dass ich stärker werde. Das heißt, ich bin unter Umständen, das ist ganz einfach erklärt, genauso stark wie vorher, aber mein Arm wird dicker. Wenn ich jetzt aber sage, na gut, wie dick der Arm ist, ist für mich jetzt eher zweitrangig, sondern ich bin daran interessiert, zum Beispiel schneller zu laufen und stärker zu werden. Also hier repräsentiert durch zwei Läufer statt einem und zwei Kettlebells. Das heißt, ich habe eine neurologische, also eine Anpassung des zentralen Nervensystems. Das heißt, ich trainiere so, dass ich jetzt nicht mehr 1, 2, 3, 4, 5 meiner Muskelfasern ansteuern kann, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von denen, die es gibt. Das heißt, der Querschnitt des Muskels, wie wir hier sehen, im Vergleich zu vorher, der wird nicht unbedingt größer. Aber ich kann jetzt mehr diese Muskelfasern ansteuern mit dem Gehirn. Das heißt, ich kann mehr Gewicht bewegen. So, natürlich könnte ich auch beides machen. Das heißt, ich könnte sagen, okay, ich trainiere erst auf Hypertrophie oder erst auf Muskelwachstum, je nachdem, was ich halt möchte, was für meine Sportart wichtig ist und so weiter und so fort. Das heißt, beides ist schon möglich. Ich kann stärker werden, indem ich mehr Muskelfasern rekrutiere oder alle, die ich habe. Das ist ganz einfach erklärt. Das heißt, ich werde stärker und mein Arm wird dicker. Und dann gibt es noch so etwas, das nennt sich Hyperplasi. Das heißt, es würde zu einer vermehrten Anzahl von Muskelfasern kommen, die ich hinzugewinne. Also neue Fasern werden gebildet. Aber das ist jetzt ein Thema, auf das wir hier nicht eingehen wollen, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Also, nochmal zum Rekapitulieren. Das ist ein fundamentaler Unterschied hinsichtlich der physiologischen, also körperlichen Anpassung, ob ich jetzt auf Hypertrophie, also Bodybuilding-Training betreibe oder ob ich primär auf Kraft trainiere. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. So, und jetzt gehe ich nochmal auf das Thema Tempo ein im Krafttraining und den Unterschied zum Bodybuilding-Training. So, was ist überhaupt Tempo? Wenn ich jetzt trainiere, also wir haben einen Übungsbeginn und hier wäre das Ende der Wiederholung. Das heißt, wir haben hier auf dieser Achse einen zeitlichen Verlauf. Dann kann ich jetzt eine Übung absolvieren, eine Wiederholung absolvieren und die teile ich in vier Phasen ein. Eine sogenannte Exzentrik, also das ist die sogenannte negative Phase. Also, wenn sich etwas nach unten bewegt, also das heißt, der Ansatz und Ursprung der Muskeln bewegen sich auseinander. Dann habe ich eine, also das ist hier blau dargestellt, dann habe ich unten eine Umkehrphase. Dann habe ich eine Konzentrik, das ist also die sogenannte positive Phase, was sich etwas nach oben bewegt und Ansatz und Ursprung des Muskels sich wieder aufeinander zubewegen. Und dann habe ich oben wieder eine sogenannte Umkehrphase, die wird auch als Amortisations- oder Transitorische Phase, Transitverkehr kennt man ja, bezeichnet. So, also stellen wir uns vor, als Beispiel Exzentrik, ich hebe das Gewicht beim Bankdrücken aus der Bank raus, aus den Halterungen. Dann lasse ich es ab, zum Beispiel, ja, vier Sekunden. Dann, unten auf der Brust setze ich es nur kurz auf, warte also keine Sekunde. Also, ich halte es dann nicht unten, zum Beispiel, fünf Sekunden oder irgendwas, sondern drücke es gleich wieder hoch. Eine Sekunde, das wäre die Konzentrik. Und dann habe ich oben, warte ich eben keine Sekunde, sondern es geht gleich weiter und dann mache ich zum Beispiel zehn Wiederholungen. Das könnte man dann so darstellen, ja, Tempo 4010 würde also bedeuten, vier Sekunden runter. Unter, unten warte ich keine Sekunde in dem Fall, drücke es eine Sekunde hoch. Oben warte ich keine Sekunde, dann geht es wieder vier Sekunden runter und so weiter und so fort. Also hier habt ihr das nochmal dargestellt. Das wäre zum Beispiel ein Tempo, was sich fürs Bodybuilding oder fürs Hypertrophietraining tendenziell eignen will. Das heißt, eine längere Exzentrik, also die negative exzentrische Phase wird verlängert, damit Ansatz und Ursprung der Muskelphasen sich, oder alle Muskeln auseinanderziehen und unter Spannung gesetzt werden, weil ich einfach einen größeren Reiz setze, wenn mein Ziel Hypertrophie, also Muskelaufbau ist. Eine kürzere Konzentrik, also die Phase nach oben tendenziell kürzer und ich kann sogar auch das einfach unten oder oben nochmal auf Spannung halten. Das ist natürlich von der Übung jetzt abhängig, ob das Sinne gibt oder nicht. Das heißt, beim Bodybuilding, weil ich das auch in meinen Kommentaren sehe, Bodybuilding ist der sogenannte Dehnungsreflex, also der Stretchreflex, der ist nicht vonnöte, ist sogar eher kontraproduktiv. Wenn ich speichere ja kinetische Energie, da gehen wir gleich noch drauf ein, ich hoffe, es wird nicht zu komplex, in den Faszien, die sich um die Muskeln herum befinden, das heißt, wie ein Flummi, wenn ich jetzt beim Bankdrücken zack, zack, rauf und runter gehe, relativ schnell, dann nutze ich den sogenannten Stretchreflex. Das heißt, je schneller runter, desto schneller hoch. Das ist sinnvoll, wenn ich Krafttraining betreibe, aber es ist nicht sinnvoll, wenn ich Bodybuilding oder Hypertrophietraining betreiben möchte. Das heißt, der Dehnungsreflex wäre eher kontraproduktiv, hier ist keine sogenannte kinetische Energie vonnöten. Was das ist, sehen wir gleich noch. Beim Krafttraining ist es aber eher sinnvoll, dass ich die Exzentrik jetzt nicht verkürze, sondern dass ich kurz runter gehe und schnell wieder hoch. Da möchte ich eben den sogenannten Dehnungsreflex benutzen. So, was ist also kinetische Energie? Hier habe ich wieder eine Formel. Kinetische Energie ist, also dargestellt physikalisch, als 1 halb m mal v². Also wieder das, was wir kennen. m ist wieder Masse und v ist wieder Velocity. Können wir uns das ganz einfach wieder anschauen. Das heißt, wir haben hier einmal jemanden, der mit einer Steinschleuder eine Kugel, der zieht also auf und schießt die Kugel auf den Boden. Und auf Vergleichsweise haben wir jemanden, der die Kugel einfach aus den Fingern auf den Boden fallen lässt. Jetzt stellen wir uns die Frage, welche Kugel wird höher vom Boden zurückprallen? Die Antwort ist natürlich ganz klar die blaue Kugel, weil die Formel ja sagt, 1 halb m mal v². Das heißt, hier ist entscheidend, also eher beim Krafttraining dann, ist die Geschwindigkeit, also Velocity, hier wieder die entscheidende Einflussgröße. Weil, und nicht die Masse, also weil die Masse, also hier ja so in orange dargestellt, die Masse, in dem Fall die Kugel, die wird ja halbiert. Die Formel lautet ja 1 halb m mal v². Und die Geschwindigkeit wird aber potenziert, also v². Das heißt, die Kugel, die fällt einfach mit dem normalen 9,81 Meter pro Sekunde Fallgeschwindigkeit. Und auf dem Beispiel wird die Kugel ja beschleunigt durch das Gummiband. Das könnte man jetzt ausrechnen, jetzt kennen wir in dem Beispiel natürlich nicht die Stärke des Gummibandes, aber man könnte das ausrechnen. Aber ohne, dass es jetzt zu kompliziert sein soll, ist ja ganz logisch zu erkennen, wenn ich eine Kugel oder einen Flummi aufziehe und auf den Boden schieße, mit einer Steinschreude wird er natürlich höher zurückprallen, als wenn ich ihn einfach auf den Boden fallen lasse. Oder wenn ich einen Basketball nehme und den mit mehr Kraft auf den Boden werfe, dann wird er natürlich höher zurückspringen, als wenn ich ihn einfach auf den Boden fallen lasse. So, genau. Okay, jetzt sehen wir hier das Ganze mal praktisch dargestellt als Beispiel, also an einem sogenannten Dynamic Effort Speed Strength Trainingstag, also Speed Strength von Schnellkraft, denkt an die Folie, in dem ich gezeigt habe, welche Arten von Kraft existieren, mit einer sogenannten Safety Squat Bar, also das ist diese Form hier, dieser Langhantel. Geschwindigkeit wird also hier mit der Tendo-Einheit gemessen, das habe ich ja schon mal gezeigt, das ist also dieser Messcomputer hier, der ist an einer Kevlar-Schnur eben unten an dem Sensor befestigt, den Sensor sehen wir jetzt hier nicht und er misst also hier in dem Fall, wie schnell bewege ich mich nach unten und wie schnell bewege ich mich nach oben. Und es sind also hier Gummibänder installiert, um einen sogenannten Overspeed Eccentric zu kreieren, das heißt dadurch, dass das Band ja Spannung hat, zieht es mich nach unten zusätzlich, das heißt ich kann mich schneller nach unten bewegen, wir denken an den Flummi und die Steinschleuder, das heißt ich bin quasi hier in einer Steinschleuder, als wenn ich die Stange einfach nur mich mit der Stange nach unten bewegen würde. Und in dem Fall habe ich hier eben 25% vom 1RM als Bandspannung beim Herausheben gehabt und unten im unteren Bereich der Übung 10%. Also schauen wir hier mal rein, also man sieht die 75 Kilo hier als Gewicht, die stimmen nicht, hier ging es nur jetzt um zu messen, wie schnell man sich eben rauf und runter bewegt. So und jetzt sehen wir gleich, zack, zack, so und jetzt sehen wir hier, hier hat die Tendoeinheit bei der ersten Wiederholung gemessen, 0,81 Meter pro Sekunde rauf und 1,01 Meter pro Sekunde runter. Das wäre die erste Wiederholung, zack, in der zweiten Wiederholung 0,87 Meter pro Sekunde hoch, 1,08 Meter pro Sekunde runter und 0,8 Meter pro Sekunde war anvisiert. Das hatte ich ja in einer der vorherigen Fohlen schon mal gezeigt, ihr erinnert euch, spult einfach zurück, indem man sieht, warum die Geschwindigkeit vonnöten ist, wenn man zum Beispiel Schnellkraft trainiert und man nicht einfach nur nach Prozent gehen kann. So, kommt hier noch was, was wir brauchen? Nein, da sehen wir nur noch, wie man sich, genau. So, also nächste Folie. So, es ist also immer wichtig zu wissen, wenn ich etwas beurteile, muss ich mir immer vorher erst mal fragen, möchte ich also stärker oder möchte ich muskulöser werden? Das sind unterschiedliche Dinge, wie ich hoffe oder ich mir wünsche, dass es jetzt hier deutlich geworden ist. Oder zum Beispiel, wie viel Muskelmasse brauche ich überhaupt für meine Sportart? Wie viel Kraft brauche ich für meine Sportart? Und welche Arten von Kraft spielen denn in meiner Sportart eine entscheidende Rolle? Denn dahingehend muss ich meinen Fokus setzen. Habe ich eher athletische Komponenten, also muss ich springen, rennen, werfen? Oder steht eher die Ästhetik im Vordergrund, was im Grunde nur beim Bodybuilding so ist? Ja, und so weiter und so fort. Ergo, ein Bodybuilder muss anders trainieren als ein Marathonläufer zum Beispiel. Ein Marathonläufer muss anders trainieren als ein Sprinter. Und ein Sprinter muss anders trainieren als ein Hammerwerfer und so weiter und so fort. Also, es ist Schwachsinn zu sagen, mach doch lieber weniger Gewicht drauf und dafür mehr Wiederholungen. Wer sowas sagt, der hat die fundamentalen Unterschiede zwischen den einzelnen Krafttrainingsmethoden und Bodybuilding nicht verstanden. Nicht jede Form des Trainings ist Bodybuilding. Nicht jede Form des Krafttrainings ist Bodybuilding und nicht jede Form des Gewichtbewegens ist Bodybuilding. Das muss einfach mal in die Köpfe reingehen. Also, es macht eben einen Unterschied, ob ich ein Gewicht bewege, das so schwer ist, dass ich es eben nur einmal bewegen kann, oder ob ich es so leicht ist, dass ich damit 10 oder 25 Wiederholungen bewegen kann, weil ich damit andere physiologische, also körperliche Anpassungsprozesse erzeuge. Ja, ich möchte es gar nicht in die Länge ziehen. Ich würde mir wünschen, dass durch diese physikalische Betrachtungsweise, dass dem einen oder anderen vielleicht etwas klarer geworden ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich habe hier Kontaktmöglichkeiten noch aufgelistet in Sachen Training, wenn mich da jemand konsultieren möchte, wenn mich jemand als Heilpraktiker konsultieren möchte. Ihr könnt diese Arbeit von mir, wenn euch das gefallen hat, unterstützen auf buymeacoffee.com. Ihr könnt mir einen virtuellen Kaffee spendieren und ihr findet mich natürlich auch auf den einschlägigen Social-Media-Seiten. Natürlich würde ich mir wünschen, wenn ihr den Kanal abonniert, ihr wisst alle, wie es funktioniert, das hilft für den Algorithmus. Lange Rede, kurze Sinn, klickt auf die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Ja, und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, hat euch diese Art und Weise der Präsentation gefallen? Wollt ihr mehr zu sowas wissen? Ich habe jetzt hier nur an der Oberfläche gekratzt, aber das Video ist ja schon relativ lang geworden. Ja, dann schreibt das einfach in die Kommentare, ob ihr zu den einzelnen Themen hier noch mehr wissen wollt oder ob ihr so eine Betrachtungsweise vielleicht für andere Facetten des Trainings sehen wollt. Ansonsten nochmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch wie immer eine energiereiche Zeit. Bleibt gesund und bis bald. Einen Schreib